No matter how hard I try Du siehst aus wie du Ich seh voll hässlich aus So hässlich seh aus wie ich Ey ohne Scheiß du siehst aus wie kaputt zu wurm Also ernst Du siehst einfach aus wie du Was hab ich denn für Was ist denn mit dem Gesicht Haben die nicht ins Spiel eingebracht Was hab ich denn für Schulgang Pan Putsi du siehst vom Gesicht genauso aus wie du Es ist ohne Scheiß Das ist das Ding für Kanker Scheiß Das ist wirklich aus dem kleinen Uwe Doch Also rein hier Okay Putsi Offensichtlich Putsi dann Wir schaffen das warte Ey Pan Wir haben schon mal drüber geredet Aber es ist immer noch krass So ein Arsch Ist eigentlich echt kein schönes Körperteil Das sind einfach nur Zwei so Fettdinger die da hängen So ein Arsch ist eigentlich wirklich hässlich Ich stehe tatsächlich auf der Arsch Ja ist ja Aber verstehe Aber wenn du jetzt einfach mal In den tiefsten Wie so ein Arsch ausschaut Was sind so zwei so Dinger Es ist nicht sehr detailliert halt Kannst du dich mal in diese Tonne Da verstecken Ich habe zu kurz gesagt Schreibe es mir Ich muss ja nicht dazu Warte ich doch Hörst du ihn auf Baby 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 Oh jeder Putsi bist du da Ja das ist doch Wo wir fahren das will ich Äh Ach das ist der K putzen Das ist der Aber guck mal Wenn wir reden Ist auch unten dann dieser Außer Ah ne ist aber nur ein Hinweis Oh ok War geil war als würde ich in eine große Muschi fassen Jo Putsi Willst du auch nochmal reinfassen Oh Gott Ähm Putsi Der hat Der schick mich mit seinen Sack Hodentot Hodentot Ja 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 Oh Nein Ich habe keine Belebung Wie soll ich Die liegt da Die liegt da Die liegt da Meine Items Ich habe Belebung Ich habe Belebung Die liegt da Die Spritze Ja genau Oh nein Okay Putsi Ich habe wieder was gefunden Ein Hasen Ich habe den Erik Rangel gefunden Putsi Rette dich selbst Hörst du mich Rette dich selbst Oh Oh What the fuck Das hast du niemals geschafft Ja ich sehe ich sehe Was für eine schlechte Cosplayerin Denn es ist gar nicht gut Nicht gut gerade Das war jetzt eine tobe Reaktion Jo das war eine doofe Reaktion Das war richtig dumm Das war richtig dumm Ja Okay Okay Rein da Rein da Rein da Putsi Rein Was bist du Putsi bist du drin Bist du drin Bist du drin Ich bin auch drin Oh mein Gott Ich bin auch drin Oh mein Gott Oh Oh da ist sie doch Da hast du deine Eiertitte Oh Pank Ja Das ist ja Ja Das ist ja Pank Das ist ja wie Phantasialand Das ist genauso Der Eingang Kenne ich doch Ja Ja Pank Komm mal her Pank Ja Hörst du Das ist die Das ist die 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 da sinkt Ja Das ist doch der Tobi Der sagt ja nicht Doch was Zehn Kilometer Das Gesicht ist der Erik Guck mal wenn du genau hinguckst Da oben Da ist der Erik Die haben uns ins Spiel eingebaut Da ist die Ich schwör ich dir Den Erik da Ist dafür nur ein bisschen Depart Bin ich wieder außerhalb Von deiner Oh mein Gott Okay Pank Gut gemacht Pank warum du Geh hoch Hilf mir auch Pank Moment einfach Im letzten Moment Oh geil Na du Ich mag entspannte Spiele Schermus Da bist du sehr richtig Heute Ja das ist sehr entspannt Ja Ist eigentlich so ein bisschen Wie Minecraft Also von der Entspannung her Auch von der Musik her Ist das sehr entspannt So ein bisschen Du kannst eigentlich Das Spiel laufen Da kannst du nur die Musik hören Warte ich komm Warte ich komm Hä wo ist der Kap Oh da ist der Kap Kurzwurz Was schön ey Hi Oh hallo Ja Haben Sie Zeit über Gott und die Welt zu sprechen Ich habe hier Haben Sie schon unterschrieben Ich habe das hervorragend Nein Kann ich diesen Albtraum nicht entfliehen Kann ich diesen Albtraum nicht entfliehen Aber Sie können gerne Unsere Gemeinde Ich bin hier weg Ich bin hier weg Jeden Sonntag Um sechs unterfüllen Das sind nämlich Das sind die Welt Ganz günstig Und Sie kommen in den Himmel da durch Schnelltür zu Schnelltür zu Sie kommen in den Himmel da durch Sie kommen in den Himmel da durch Ja Pan Pan Achtung Pan Ja Bleib mal stehen Ja 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 Das ist der Kaputzenwurm sûstes Das ist mir es war mir Nee Du kannst hier weg. 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 Let's go. Hoch hier. Ja? Ja? Putze! Wir müssen das beide hier irgendwie... Bist du gar nicht? Du kannst hier weg. Du kannst hier weg. Oh, du bist zu leicht. Ich finde das richtige Rohr für Ventil A. Find das richtige und öffne das von Ventil C. Bitte vor, gell? Und zieh hoch hier. Hoch hier. Los. Hoch hier. Geh hoch! Ich mach mal das Gas an, Pan. Ich muss hier weg. Okay, Pan, bin oben. Ja. Ja? Los! Putze! Du hast mich getötet! Ja, aber ich versuch's jetzt, 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 jetzt! Alter! Ich kann nicht mehr, Putze. Ich kann nicht mehr mit dem Spiel. Es geht nicht. Nein, da nicht! Nein, da kannst du nicht durch! Jan! Tschüss! Au, 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 au. Du bist sogar da ruhig gegangen! Adoria? Ja? Adoria, guck mal, da. Achso, sorry. Was denn? Ich kack grad. Ich... Achso, tschuldigung. Warte mal, ich warte mal. Guck mal, wer da oben auf dem Plakat ist. Auf dem Plakat, auf dem... Oh, die Moni! Die Moni? Okay, es ist die Moni. Ne, warte mal, meine Oma hieß Moni. Ne, Mutti. Meine Oma hieß auch Moni. Ne, die Mutti. Guck mal, die Bilder hier auch. Ich muss leider... Tut mir leid, ich muss leider alle Bilder gucken. Oh hier, wie schön die Frau auch lachte. Wow. Ach du Scheiße. Ja, ich will gleich nicht sprechen. Puzzi? Achso. Was sieht aus aus mit dem Puzzi-Ring? Mit seinem Name-Tag drüber. Boah, ich will sowas gar nicht mehr können, wenn ich ehrlich bin. Ich bin Satan! Oh mein Gott! Und die machen Fahne! Das ist wirklich Satan! Oh mein Gott! Machst du das? Äh, ja, geschrien habe ich. So, bewegst du dich auch mit der Kamera mit? Mach ich das? Ich bewege mich auch mit Fahne. Ich auch? Ich weiß nicht warum! Und mach schon mal eine YouTube-Aufnahme. Ja. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bye! Tschüss! Bye! 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 Bis zum nächsten Mal.